Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen zum letzten Tag unserer Weihnachtsspendenaktion 2019 auf den Kanälen von Stefan123321 und auf meinem Kanal. Ja und heute habe ich nochmal ein paar richtige Knaller für euch. Die habe ich mir für zum Schluss aufgespart. Die Sache ist natürlich dann, es kommen heute 5 Videos. Das bedeutet für mich dann natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Aufwand, gerade in der Zeit vor Weihnachten, wo doch eh viel zu tun ist. Deswegen nochmal mein Aufruf an euch alle, so wie ich es in den anderen Videos ja schon gesagt habe. Wenn es euch möglich ist, die von euch ersteigerten Gegenstände per Paypal zu bezahlen, meine Kontaktdaten sind unten in der Videobeschreibung. Dann wird mir das eine ganze Menge Arbeit abnehmen. Ihr entscheidet, ob ihr den versicherten Versand als Paket wünscht oder das Päckchen. Schlagt den entsprechenden Versand, auch wie unten angegeben, auf den Kaufpreis, auf das Höchstgebot oben drauf. Und ich kann mich dann, wenn ihr an eure Adresse denkt im Kommentarfeld, kann ich mich dann möglichst schnell um den Versand kümmern. Ja, das nochmal zu den Präliminarien. Jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Ich habe mir überlegt, ob wir das jetzt irgendwie spektakulär aufbauen, vom in Anführungszeichen einfachsten Gegenstand zum vielleicht spektakulärsten. Aber das ist totaler Quatsch, denn die sind auf ihre Art alle spektakulär. Von daher gehen wir einfach Medias in Res und starten mit einem Custom Bit Driver von Niki, a.k.a. Kobanang. Wer meine Videos verfolgt, der wird ja schon öfters Sachen von Niki auf meinem Kanal gesehen haben. Ich finde die Sachen einfach großartig. Hier haben wir einen Bit Driver. Ich nehme an, das ist entweder Bronze oder Messing. Ich tippe aber beim Niki dann eher auf Bronze. Wir haben einen Used Antique Finish. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Ich bin mir nicht ganz sicher, welches Material er hier oben verwendet hat. Was die Struktur angeht, sieht es aus wie Holz. Es scheint aber in irgendeiner Form auch etwas Stabilisiertes zu sein. Keine Ahnung. Fühlt sich richtig gut an. Warm ist es sehr leicht. Die Dinger sind kugelgelagert. Und weil das Teil so leicht ist, dreht das halt nicht unendlich lang. Trotzdem ist der Spielspaß auch da gegeben. Ansonsten unten natürlich der Hex, also Sechskant-Einsatz. Immer noch meistens mit einem Federring und einem Magneten versehen. Das heißt, die Bits fallen euch da garantiert nicht raus. Ja, ansonsten so dieses typische Machine Finish, was der Niki so drauf hat. Richtig, richtig cooles Teil. Und an der Stelle muss ich dem Niki dann auch mal ein riesengroßes Dankeschön sagen. Der hat nämlich dann extra noch kurzfristig, wirklich kurzfristig, ein Paket geschnürt und mir ein paar Sachen zukommen lassen. Sogar mehr, als ich jetzt noch in der Lage bin zu drehen. Das heißt, für die nächste Spendenaktion, die garantiert kommen wird, habe ich dann auch noch ein paar Kleinigkeiten in petto. Das wollte ich auf jeden Fall heute noch mit reinnehmen. Es gibt auch noch einen zweiten, der kommt dann im nächsten Video. Ja, dieser Antique Finish Hexbit Driver ist nun Bestandteil der ersten Auktion heute am letzten Spendenaktionstag am Sonntag. Die Auktionen laufen natürlich wieder von 20 Uhr heute Abend bis 20 Uhr am morgigen Montag. Natürlich sind die Auktionen automatisch um 20 Uhr beendet, wie zum Beispiel Samstag komme ich in der Regel nicht dazu, um 20 Uhr die Auktion für beendet zu erklären. Darum seid fair zueinander. Wer das letzte Gebot vor 20 Uhr abgegeben hat, der ist selbstverständlich dann auch der Gewinner dieser Auktion. Schaut in die Videobeschreibung, benutzt die dort angegebene Paypal-E-Mail-Adresse und überweist das Geld inklusive seiner Anschrift und ich kümmere mich um den Rest. Hier in diesem Fall wunderschön im Antique Finish ein Hexbit Driver von Niki aus Österreich. Euch ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Jetzt schon mal vielen, vielen Dank für alle Gebote, die kommen werden und die schon gekommen sind. Es ist wirklich wieder eine ganz, ganz großartige Auktion. Ja, und mit dem heutigen Tag, glaube ich, können wir dann einen krönenden Abschluss bilden. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen, hören und lesen uns schon gleich wieder. Bis dahin. Bye, bye.